Ich bleibe dabei, er ist nicht geeignet an der Spitze unserer wichtigsten Sicherheitsbehörde. Es ist sehr, sehr viel Vertrauen verspielt worden. Das ist das Gegenteil von dem, was ein Mensch an der Spitze des Verfassungsschutzes eigentlich tun sollte. Und deshalb habe ich die ganz klare Auffassung, dass Herr Seehofer sein eine Meinung nochmal überdenken sollte und auch die Bundeskanzlerin für Klarheit schaffen sollte. Herr Maaßen ist nicht tragbar an der Stelle.